Hallo Zukunft. Das ist das Motto beim Türöffnertag 2021 hier bei uns an der Caritas in Osnabrück. Wenn man an die Zukunft denkt, dann heißt das eben auch immer gemeinsam Gesellschaft gestalten. Und wer könnte das besser als die Kinder selbst? Wir als Drei-Religionen-Schule, wir freuen uns sehr über die Kooperation mit der Caritas, weil unsere Kinder nach diesen langen Zeiten der Corona-Krise so viele schöne Höhepunkte erleben konnten. Und heute ist nochmal ein ganz besonderer Höhepunkt für viele Kinder unserer Schule. In Kooperation mit der Drei-Religionen-Schule Osnabrück und den Minimusikern Osnabrück haben wir als Caritas gemeinsam einen Schulsong zu unserer Caritas-Kampagne. Das machen wir gemeinsam, komponiert und produziert. Und den werden die Schüler heute Nachmittag hier beim Zukunftstag bei uns beim Caritas-Gebäude aufführen. Wir freuen uns. Das machen wir gemeinsam, das machen wir gemeinsam, du und ich. Duel und Eich! 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 Vielen Dank.